Madonna filmt ihren Sohn beim Singen im Auto. Ist er so talentiert wie seine Superstar-Mutter? Jedenfalls scheint Madonna, 62, gefallen am Gesang von David Banda, 15, gefunden zu haben. Sie teilt das coole Video jetzt mit ihren Fans. Ob er an die berühmte Sängerin heranreicht, verraten wir im Video. Wie gut wird der Song von Madonnas Sohn? Im Auto muss die Like A Virgin-Sängerin jetzt nicht mehr das Radio anmachen. Stattdessen lauscht sie einfach ihrem Sohn. Und der kriegt übrigens bald auch einen eigenen Song, produziert von Alam Alic Williams. Zudem hat ja bekanntlich auch seine Mutter einen ganz guten Draht. Er ist zwar eine ganze Ecke jünger als Madonna, aber Sohn David scheint das nicht zu jucken. Ganz im Gegenteil, bei diesem musikalischen Trio harmoniert es augenscheinlich einfach perfekt. pruch Zudem Untertitelung des ZDF, 2020